Dorn durchkämpfen. Wie läuft die Soße so runter? Oh, das ist ein Schwanz. Immer Pisse, finde ich. Die Zeit kommt, die holt uns. Wieder nicht durch, ey. Du hörst doch was. Das ist jetzt ein Schlafplatz. Ja. Gute Nacht. Äh, nein. Sie ist im Sturzflug auch nicht so. Beknackt immer von da. Jetzt schleichen hier schon welche rum. Hallo. Hier ist sicher jemand. Hundertprozentig. Hier schleicht jemand rum. Wieder meine Lieblingsaktion. Durch Dorn. Aua. Aua. Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ich schlage mich gerade durch den Dschungel durch. Irgendwie so eine richtige schwüle Luft gerade hier. Auf jeden Fall bin ich mit Felix unterwegs. Moin. Moin. Er ist auch ein bisschen fertig, aber gestern schon auf Tour gewesen. Letzte Woche noch auf einem Panzer. Und jetzt schlafen wir in einem Zug. Oder sagen wir mal besser einen Waggon. Auf geht's. So, Pullover musste ich schon mal ausziehen. Irgendwie so eine schwüle Luft. Und ich versuche jetzt da mal eben rein zu kommen. Und ich muss schon wieder durch die ganzen Dornen durchkämpfen. Meine Fresse. Ich liebe das. Die halt hier länger zugucken schon auf meinem Kanal. Die kennen bestimmt diesen Waggon. Hatte ich ja schon mal auf meinem Kanal gehabt. Ich kann es auch gerne in die Infokarte mit verlinken. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Auf jeden Fall will ich jetzt da raufklettern. Kann nicht so einfach das Ganze. Und jetzt guckt euch das an. Opa. Und eins, zwei, drei. Und rein in die Bude. Auf jeden Fall, Felix hockt da jetzt unten. Und ich werde mal eben diesen Gang langlaufen und schon mal gucken, ob man hier irgendwo schlafen kann. Mir läuft die Soße so runter. Könnt ihr das sehen. Boah. Mal gucken, ob wir hier irgendwo schlafen können. Okay, hier ist kein Bett. Oh, hier ist auch kein Bett. Hier oben ist ein Bett. Aber ich glaube, das lasse ich lieber sein. Also, da habe ich echt Angst, dass ich hier runterknall. Das coole ist, hier hast du eine Kopfschmerzen hier. Kannst du das einstellen. Oh. Ich muss mich noch ein bisschen rechnen noch. Du bist ein Schwanz. Oh. Ich habe das gleiche Problem. Ich komme mit dem Schlafsack gar nicht. Ah, mit dem Schlafsack, ey. Mit dem Boxerkopf, ich kann nicht durch. Oh. Das stinkt extrem nach Pisse, finde ich. Nach den Toiletten. Oh, die Polizei kommt, die holt uns. Oh, da kommen mehrere. Ich kann mich nicht mal umdrehen. Ich muss extra in so einen Raum gehen. Ich muss mich extra hier in so einen Raum drehen. Wie so ein LKW. Ja. Echt. Echt, ne? Verrückt, ey. Boah, ich knall überall gegen, ey. Boah. Das war mal die Klappe, die hätte ich fast auf den Kopf gekriegt. Wäre nämlich der Schrank nicht gewesen, weil der hat die Klappe da oben gehalten. Sonst hätte ich die auch voll auf den Döds gekriegt. Da hatte ich echt Schwein gehabt letztes Mal. Jetzt komme ich hier schon wieder nicht durch, ey. Ich komme schon wieder nicht durch mit dem Rucksack. Ich bleibe mal hängen unter dem Rucksack. Da könnte man auch schlafen. Auf der Wange. So, hier, ja. Du schlägst hier? Ja, die Scherben. Ja, und da? Was liegt da? Tote Ratte oder was? Ihhh? Was ist das? Ihhh? Eine Ründelstüte oder was? Ihhh? 99 Ihhh. Boah, ich kann nicht mehr. Oh, das ist so. So, Pause zu Ende. Wieder durchquetschen. Ich glaube Felix hat schon einen Schlafplatz gefunden. Aber ich dachte lieber da hinten oder doch jetzt da. Hier, echt hier schlafen. Ich finde es besser. Ich weiß nicht, was sagst du? Dann wäre natürlich auch geil, ne? In diesen Kabinen. Vorteile daher? Pfff, eigentlich nicht. Gut. Ich nehme die Ecke hier. Die ist veranspricht jetzt. Das ist jetzt sein Schlafplatz. Leg dich doch erstmal hin. Nee. Zu gar nicht. Du willst dich doch nicht ernsthaft da drauflegen, oder? Nein, das nicht. Aber ich soll die Ecke haben. Du willst die Ecke haben? Ja. Ach so, ich dachte du wolltest dich da drauflegen. Wie soll das denn gehen? Dann setze ich hier so hin. Und dann lässt man sich einfach nach hinten fallen. Und dann irgendwie so schlafen. Das gefällt mir. Du kannst gerne den Sitz haben, den schenke ich dir. Einfach hier so alles wegfegen. Wir müssen bei der Decke und dann meine Luftmatratze drauf. Ich hier? Du auch so? Dann haben wir in der Mitte so einen kleinen Platz, wo wir eine Lampe hinstellen können und kochen können. Ja. Ja, oder? Ich bin trotzdem Sitz zum Schlafen. Ah, das ist doch perfekt, oder? So. So kann ich schlafen. Siehste. Gern geschehen. Danke. Gute Nacht. Die Scherben ein bisschen wegfegen. Hast du einen Feger mit? Kann ja mal gucken, ob ich sowas zum Fegen finde oder sowas. Ja, war wahr. Hier, ich nehme einfach dein Mikrofonpuschel. Ja. Ja, hier. Meine Ecke ist schon aufgerannt. Oh, dankeschön. Ich darf noch, oder was? Alles zu mir rübergefegt, oder was? Nee, nee, nee. Nachtisch habe ich auch schon für meinen Kaffee. Ich werde mir jetzt mal ein paar Matratzen holen. Das kommt auch mal oben drauf. So, fertig. Das schützt nochmal. Das ist wie so ein Gummi. Ach, der Geigt. Wir haben ja immer solche verrückte Ideen. Aber die wollte ich, glaube ich, auch hier liegen. Die nehme ich nicht mehr mit nach Hause. Wir müssen ja noch ein bisschen die Zeit vertrömen. Felix baut gerade seinen Schlafplatz auf und ich würde mal ein paar Videos reinpfeifen. Und schon fertig mit deinem Schlafplatz? Fertig. Oh, ja. Ah, siehste. Das ist doch ganz gut. Mit Plane, Matratze, Schlafsack. Oh, dann muss ich mal meine eben auch aufpumpen. Yay, unsere Dachtischlampe. Oh nein, ich habe ein Problem. Nee, ist echt scheiße. Na, was mache ich da jetzt? Beine abschneiden. Beine abschneiden? Äh, nein. Ich muss mich einfach so hinnehmen und die Füße hier oben drauf. Das ist mal ein bisschen ein komisches Gefühl, weil du den Gang hast. Da rennt heute Nacht richtig schnell was lang. Mein Kopf wegtreten war. Du liegst ja mit dem Hinterkopf in irgendeiner Richtung des Ganges. Jetzt fängt das schon wieder an. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Aber wir hören das ja, wenn jemand kommt. Hoffe ich. Das habe ich letzt mal schon mal auf dem Panzer gesagt. Wir sind bekloppt. Total bekloppt. Felix, kochst du Essen? Ich will nicht mehr aufstehen. So gemütlich hier. Das ist ja immer ein schlechter Scherz. Ja. 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 Die ganze Zeit sind ja in Moment und unsesen. es fängt auch ein bisschen an zu regnen ich hoffe wir werden heute nacht nicht nass aber sieht eigentlich ganz gut aus sieht man auch schon ein bisschen dass es hier runter tropft da hinten so ein bisschen nebelig schon und ich würde sagen dass wir auch gleich mal was zu essen brutzeln oder das ganze wasser es ist einfach mal was ganz anderes an schon mal auf dem zeltplatz zu schlafen oder so das abenteuer mal so genießen einfach mal die seele bormeln lassen übrigens meine neue kopflampe die ich von mark gesponsert gekriegt habe von meiner amazon wunschliste habe ich übrigens und in meiner video beschreibung drinne wollte jetzt gerade mal ein bisschen testen an aus hat glaube ich drei stufen 123 dann kann ich die so hin und her bewegen hat schon was schon nicht schlecht finde ich halt sehr gut gerade schon etwas gruselig gerade überall knackt das das war ja mal eine deutsche reichsbahn aber wie gesagt da könnt ihr lieber auf mein video noch mal drauf klicken und das euch angucken um in der infocard verlinken da oder da komplett mal rauf und runter gelaufen ich merke das schon wieder wir machen jetzt wieder viel zu viel scherze und daher kommt wirklich jemand oder scheiße uns wieder richtig wirklich es ist jedes mal das gleiche wirklich also ich glaube beim beim horror hotel ich glaube das war das längste wo wir gequatscht haben ja das war ganz krank zwei stunden haben wir horrorgeschichten erzählt da habe ich mir auch mindestens dreimal die wendel gewechselt ja mindestens das ist mary jetzt regnet das gerade richtig und was hast du gesagt 10 uhr 18 wir wollten eigentlich schon von einer halben stunde was zu essen machen jetzt haben wir noch ein paar fotos gemacht und dann wenn das aufhört zu regnen wollen wir noch von draußen fotos machen ich hoffe das klappt noch aber bis jetzt leider nur regeln 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 ich war mal ganz kurz draußen habe gepinkelt und ich glaube jetzt schleichen hier schon welche rum weil ich was gehört hatte so stimmen und das ob jemand auch dahin pinkelt kann natürlich auch wegen gewesen sein dass man jetzt wieder stimmen wird wenn das ja ja wenn man immer alles anders war kannst du nicht hast keine chance auch die ganzen normal wir machen man test ich bin auch mal richtig lang richtig vorsichtig ja dann war ich schon mal hier so hin ja aber man kann sich schon sehr sehr leise bewegen aber ja auch ein bisschen knirschen und was ja stimmt da können wir an den tisch hinstellen so rüber tisch zwei ja ganz ehrlich probier mal da leise durchzukommen das geht nicht da hast du keine chance kannst du auch ganz leise aufmachen ja theoretisch ja ja schauen wir mal also wie gesagt hier draußen hätten die auch schlechte chancen sich ganz zu schleichen alles mit dornen wir wollten eigentlich schon von der stunde wollen wir essen machen haben immer noch kein essen und zwei stunden essen ich habe vor zwei stunden sogar schon und immer noch kein essen gemacht vielleicht sollten wir das gleich machen ja was hat er gerade geknackt immer von da das war das klackern vom fahrkartenkontrolleur der hat abgestempelt gerade vielleicht sitzen die ja schon längst im zug drinnen woher auf die uns erschrecken wollen das wäre eklig guten appetit so bei mir gibt es hier die kornkarno bei ihnen gibt es hier linsen orientalisch bringt den arsch zum grinsen wenn es uns zu kalt ist nach hinten raus schmeckt stefan hat irgendwie nicht gesehen hausend da vorne hände gerade hier vermutlich am essen da ist aber auch eine straße ne ach das war so oft wenn man sich so bewegt okay dann in hallo okay alles klar aber man kann ein essen da haben wir merkt schon dass dunkel wird so weit es dunkel ist ganz andere wahrnehmung 222 die ist jetzt so gekannt leuchtet ihn nicht an was geil ist wenn draußen jetzt im wald welche sind die lachen sie sich wahrscheinlich auch tot weil wir uns hier drin tot lache ja absolut absolut die ganze zeit und dann noch das geschrei die haben sich bestimmt jetzt voll in die hosen gemacht so mittlerweile ist es zwei uhr eigentlich wollen uns noch paar leute besuchen haben leider schiss hierher zu kommen deswegen haben uns selber ein bisschen grusel sachen zugespielt beim clown ich spiel mir da mal eben gerade was ein ich hab das gerade irgendwo knacken gehört was ist denn hier los wir haben ein paar fotos noch gemacht und jetzt machen wir die tür am besten mal zu falls wir doch noch gäste kriegen sollten so so sind wir ein bisschen safe ja ja die zugtür ist jetzt zu und wir kriegen besuch wir kriegen besuch nein es ist very uncool wo ist deine scherbe jetzt ein richtig schön dickes loch oh nein na gut wenn solche scherben da sind dann ja gut kein wunder denkt an mary ich glaube es ist mittlerweile halb vier oder so willig schläft tief und fest und ich muss wache halten ich bin so in meinem nachtmodus wieder drin guck mal der schläft da rührt sich nix und ich stehe ein bisschen schmiere ich werde jetzt mal versuchen ein bisschen zu schlafen hoffe ich abschalten bis später wenn ich was höre melde ich mich auf jeden fall ich habe nicht wirklich mitgekriegt weil ich Aber Stefan sagt, das hat sich so schummisch geschützt. Ob jemand auf den Zug aufgesprungen ist? Ich bin mit deinem... Ey, bin ich aufgemacht. Guck mal, ich hau schon überall gegen. Die werden doch schon mal irgendwie gegenlaufen. Naja, wer weiß. Da kommt einer. Wirklich ohne Scheiß, ohne Scheiß. Der kommt hierher, ganz leise. Was machen wir denn jetzt? Guck hier, sie saß da. Da kommt einer. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Da scheint aber einer zu sein. Das ist ja noch kranker. Pass auf, bange nicht so viel Licht. Jetzt ist die Frage, ist das Blitzy und Steve? Haben die noch mal wieder geschrieben? Nein. Hm. Es hat geblinkt. Ein Fernauslöser. Von der Kamera. Der wird uns erschrecken, oder ist das jetzt echt so ein Fotograf? Ich weiß es nicht. Was macht der hier um drei Uhr? Das Licht, das Licht, das Licht, das Licht, das Licht. Ich sehe das nicht. Wie nennen die Bildschirme? Jetzt ist es vielleicht drauf. Hier ist sicher jemand. Hundertprozentig. Hier schleicht jemand ran. Hundertprozentig. So kannst du was gehört. Alter, da ist echt was. Das war schwarzes. Alter, du hast recht. Wenn der näher kommt, dann müssen wir was tun. Wir müssen ihn anleuchten oder so. Wir müssen. Ja. Sollen wir die Tür aufmachen und leuchten? Ja. Ey, das wäre mir grad hier zu krass. Wirklich? Echt? Ja. Der ist nicht mehr weit weg, das sind zehn Meter. Lass ihn ruhig hierher kommen. Ey, jetzt ist es weg. Was? Jetzt ist es weg. War kein Scheiß. Hat er sich geduckt oder so? Keine Ahnung. Ich höre was rascheln. Dann gehe ich da zu den anderen Fenster hin. Äh, nicht. Echt. Weiß ich nicht. Zurück! Zurück! Rundestaffel! Ja, da sitzt einer. Ja. Du guck! Schon gesehen. Ist aufgeflogen. Das war wohl nichts. Kannst ruhig aufstehen. Wer ist das? Hallo! Uh! Wer ist das? Weiß ich nicht, wer das ist. Weiß ich nicht. Kann ich nicht erkennen von hier. Wer ist das? Die haben eine Maske auf. Ich weiß ja. Steven und Blitzy. Das ist echt lustig. Steven nur Sack! Nee, wer ist das? Brille auf. Wollt ihr da noch länger da bleiben, oder? Wollt ihr nicht auf einen Kaffee reinkommen? Ey, ich erkenne die Kamera. Ah, Luca! Scheiße, Mann! Ah! Du bist ein Spuck, ey! Oh Mann, ey! Tja, war wohl nichts. Nicht schlecht. Ich hab nicht geschlafen, oder? Ich hab geschlafen. Er hat geschlafen, aber ich hab ja... Ich bin im Nachtmodus. Aber wart ihr schon mal auf dem Zug drauf, oder so? Nee, ich hab da hinten, wollte ich da hochklettern, aber das war zu laut, glaube ich, ne? Boah, ich hab das gehört. Da hast du dich schon verraten mit. Da hab ich sofort Felix geweckt. Ey, und ich hab noch deinen Auslöser von der Kamera gesehen. Fuck! Ich hab die ganze Zeit meinen Sucher hier zugesagt. Ja! Und dann war jemand ganz kurz am Handy. Das hab ich auch gesehen. Das warst du. Gut, dass der Opa noch wachsam ist. Ja, ja. Der Hasen läuft hier andersrum. Ein richtiger Spürhorn. Aber ich hab erst gedacht, Steven und Blitzy jetzt. Waren diese Leute? Nee, aber haben schon ein paar Arten gedroht, hierher zu kommen. Alter, du bist so ein Fuchs. War doch gut, ne? Du bist so ein Fuchs. Ich hab das doch gehört. Ich glaub's nicht. Das hatte so gemacht. Und ich wusste, weil wir ja vorhin auch da drauf gesprungen sind, da wusste ich sofort, ah, da muss was sein. Unglaublich, wirklich. Aber du hast erst gedacht, da ist wieder nichts, ne? Ich hab's nicht geglaubt. Ich bin aufgewachen, du hast was gesagt. Ich hab's nicht geglaubt. Ja. Bis ich das Licht gesehen hab. Aber man wusste in dem Moment nicht, wer das ist, ne? Mal gucken so, ob sie jetzt an unsere Falle vorbeikommen. Das hätte man sofort gehört, wenn ihr gekommen wäre. Ja, normal. Ja, das ist unsere... Ich sag doch, wir sind nicht blöd. Ich bin ja nicht, findest du mir umsonst, ne? Oh Mann, ey. Das hätte so schöne Klappen können, ey. Du hast dich verraten, weil du hinten drauf gesprungen bist. Ja, hab ich auch. Bin ich auch. Wieso bin ich auf diesen Zuganhänger drauf gesprungen da hinten? Ich hätte nämlich, ich hätte wetten können, ihr seid irgendwo weiter vorne, im weiteren vorderen Bereich. Aber ihr seid hier nicht mit Amateuren. Ich hab dir Mühe gegeben und jetzt am Ende kommt ihr irgendwie raus, dass das nicht hingeklappt wird. Wie gesagt. Das sind die alten Hasen hier. Das ist die Elite. Wir sind schon die Profis da drin. Viel Spaß gleich bei der Arbeit. Ja, schön. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Richtig routiniert, ne? Zack, zack, zack. Richtig routiniert, wirklich. Keine Panik ausgebrochen. Das muss so, das muss so. Du hast deinen Akku noch gewechselt. Ja, ich bin doch hier hergelaufen und an meine Akkutasche geholt, ne? Das ist halt wirklich. Verrückt. Nein. Der einzige Fehler von den beiden war, dass sie... Luca hinten drauf gesprungen ist. Genau, das hat euch verraten. Aus dem Zug raus geguckt habe, wo ich das Licht gesehen habe, ne? Und dann zu dir meinte, da ist jemand mit Taschenlampe. Da ist jemand mit Taschenlampe. Stimmt. Und dann hast du auch noch so zur Seite geguckt und dann hast du das auch gesehen, ne? Ja. Aber Adrenalin war schon irgendwie wieder da, ne? Ja. Und man wusste ja nicht, wer da kommt, ne? Vor allem, das sah ja erst so aus, ob nur eine Person kommt. Ja, das gruselige war einfach diese schwarze Gestalt, die immer näher auf diesen Eingang zukommt. Ja, genau. Ganz ehrlich, ein Notfall, man weiß nicht wer es ist, hätten wir da rausgemusst. Ich glaube, ich wäre dann rausgesprungen. Ich wäre sicherer, glaube ich, hier drin gewesen. Halb neun. Ich habe, glaube ich, eine Stunde geschlafen, Felix hat drei Stunden geschlafen. Ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Für mich bin ich auch ein bisschen platt, weil ich die Nacht gar nicht geschlafen habe. Ich bin auch froh, wenn ich gleich zu Hause bin und dann noch ein bisschen schlafen kann. Auf jeden Fall freue ich mich gleich auf meinen Kaffee. Oh, wieder Schleichwerbung. Kaffee! Werbung, Werbung, Werbung! Geld, Geld, Geld! Kaffee Time! Perfekt! Der Tag kann so wieder starten. Wir haben es schon mal ein bisschen aufgeräumt und für den Nächsten lasse ich die Matratze hier liegen, der hier nächstes Mal übernächtigen möchte. War erste Klasse, finde ich. Felix hat euch schon alles weggeräumt. Luca, das hatte ich gestern verraten. Diese Klappe. So, ich würde auch sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Schaut bei Felix vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal.